Ja ich muss mich grad mal ein bisschen beeilen, weil mein Tank wird immer knapper. Ja, aber es ist vor allem nicht die Tankstelle überhaupt hier, oder? Ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, doch, da kommt gleich eine. Ich gebe grad mal ein bisschen aus Gas. Ja, weil ich habe nur noch 92 Liter. 91. Können wir nicht tanken? 90. 88. 88. 87. Wird immer weniger auf die Kribbel. So, na, 200 Meter, dann fahre ich ab. Die Straße fehlt mir auch, deswegen passt das eigentlich. Ja genau, wir sind letztens auf unsere Bahn und haben die Straße enthundert. Ja. Wir haben auf jeden Fall gemacht. Das Weitere, ich bin immer noch in der Kleidung des neuen Mikros. Aber das wird vielleicht jetzt auch demnächst mal so. Ich denke, was ich jetzt hier auch gesagt habe, aber da ist ja nicht gut. Ende des Jahres könnte das eventuell was werden. Ich hoffe, dass da was wird. Ja, das Jahr ist ja noch lang. Hat er noch ein paar Tage. Ja, minimal. Ja. Ja. Wir sind jetzt eigentlich gut in der Mitte, oder? Ne, wir sind schon mehr als in der Mitte. Warte, das hat 12, 6. Doch, also, wir sind jetzt schon etwas über der Mitte. Ja. Ja. Ja, mein Tag ist noch fast voll. Ich roll mal hier so ein bisschen. Sag mal, wenn du weiter, äh, wenn du Lust hast. Ja. Ja, kannst Gas geben. Gut. Dann auf, runterschalten. Einmal in den Zehnten, schweinigen, dann... Was machen wir? Oder? 110. Das sind positive, ja, das ist noch eine gute Frage auf jeden Fall. Nur erstmal hochzunehmen lassen. Ja, ne, das haben wir vor. Also, wie gesagt, neue Projekte, was das gehört, steht noch nicht richtig fest. Es gehört wahrscheinlich irgendein anderes Minecraft-Projekt noch. So viel kann ich ja schon mal sagen. Spaces Dead Endions, das müssen wir mal gucken. Weil es gibt ja doch noch einige Intervante. Also, daher würde ich auf jeden Fall so weiterlaufen, weil wir da ja noch nicht alles haben. Naja, das wollten wir auch noch aufnehmen. Kannst ja mal erzählen von dieser... Skyblock... Dings. Ja, genau. Genau, wir hatten geplant, äh... Was als weitere Mod-Technik zu kommen sollte, äh... Accraint Sky ist, äh... Das ist über den Cursed Launcher. Was 110 war es jetzt? Ja, machen wir 115. Okay. Ja, das ist ein Mod-Pack über den Cursed Launcher. Äh... Peak-Pilz, kann man so sagen. Jetzt haben wir den Genetik, wie auch immer, von, äh... Jade Cat. Ähm... Ja... Es ist ein Drive-Dog. Einige kennen es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall ganz cool. Abfahren wollte ich jetzt nicht. Wir waren im Synchro jetzt beim Rüberfahren. Gut. Ja, hat gepasst. Vom Abstand her. Ja. Tatsächlich. Da steht einer im Synchro. Und so. Also dann passt mein Spiegel so. Echt da? Wie heißt das? Hm... Wolltest du auch grad rüberfahren? Ja. Aber als wir geguckt haben, ist auf jeden Fall besser geworden. Was Rückspiegel... äh... angeht. Was mich katscht, dass meine Wasserflasche vom Bildschirm steht. Ja. Warte. Oh, oh. Da kommt ne Kurve. Ich hab Angst. Puh. Ach, mit 115 doch nicht. Ja, geht. Ja, wir fahren ja nicht, äh... äh... Irgend in Australien rum. Im Outback. Ja. Kennst du die Trucker Serie? Nein. Outback Trucker. WCF? Was guckst du? D-Max. In Australien, was das für Strafen da teilweise sind, wo die hinfahren wird. Echt heftig. Ne, ist auf jeden Fall. Ja, ist gut. Nur ich bin jetzt ruhig aktuell. Ich warte auf neue Folgen. Hahaha. Richtiger L&D. Ne, ist schon interessant wie die in anderen Ländern und was die da für Straßendingungen haben, wo die dann ihre Aufträge hinbringen müssen und so. Deswegen. Mein Akku ist aufgeladen. Yay. Das freut mich jetzt aber. Ne. Ne. Ähm. Genau. Occurrence Schreiber. Und dann mal gucken, was vielleicht noch da kommt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie noch irgendwas anderes bekommen. So an Projekten mäßig. Das wir euch nicht nur mit Minecraft beglücken, sondern vielleicht noch in irgendeine andere Sparte gehen. Wir hatten so in Sicht eventuell Arma 3 uns zu holen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass ihr davon haltet. Genau. Und ein altes Live war's glaub ich, oder? Ein Wort altes Live. Mit den App nie und so. Ne. Und dann was. Du schaust der da rauskommt. Ne. Get home! Ne. 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 Und wieder rüberfahren? Nur am Klicken, gell? Ich dachte, hier müssen wir abfahren. Nein, können wir schon einen Durchbratter mit 150 fahren. Oh, Andy! Ja, das ist keine Ahnung, das ist das Lächste bei mir, sorry. Weiß ich nicht. Alter, was hatte der denn für eine Hupe? Keine Ahnung, ich hab bei uns schon eine Umgebung irgendwie gefahrleitet. Deswegen, ich krieg eigentlich auch nicht mit, wenn jemand Hochwaldsgang drin hat oder so. Aber was sind das bitte hier für Straßen? Öhn... Ja, 800 km haben wir noch Bord. Eine Radarfalle! Ja, okay. Wir werden so besetzt. Na. Wow! Na, die ging noch. Ja... Hat aber Geschwindigkeit gezogen. Ja. Wow! Abfahren wolltest du jetzt nicht wirklich. Wäre eh so eine Spezialität für dich, so eine Abfahrt, gell? Pass auf, vielleicht kommt wieder eine Abfahrt. Ich hab wieder wo wir fahren. Ich glaub, diesmal ist die ein bisschen weiter weg. Glück. Ach, wir sind gerade an Hannover, weil wir fahren. Hier schön. Wir haben ein gutes Stück von Brüssel entlegt, würde ich sagen, von Köln aus. Ja, noch 793, 92 km. 1,990, genau. Kommt jetzt. Der Tank ist noch fast voll. Mach's also. Alles gut. Über was? Wow! Ja. Ja. Ja, die sehe ich bei dir. Dann bist du auf einmal 10 Meter weiter zurück. Obwohl ich nur ein 12er Team hab. Ein Spiel kann ja auch lecken. Ja. Naja, ich weiß auch nicht wieso. Da hat sich jemand bei mir im TS eingebunden, sehe ich noch. Heu doch. Nee, würd's mir schon anschalten, wenn du das magst, wahrscheinlich der ist so. Freitagabend ist Wartes zu arbeiten, gell? War rüber. Endlich schon wieder? Na? Du bist schon wieder grad 10 Meter zurückgefahren. Ich steh' gar nicht so hoch, dass du dir selbst steh'st, gell? Ja. War wieder rüber. Der Abfahrt. Hab recht nicht so viel Zeit gegen den Abfahrten. Du bist der schweizig. Kann man aber ab und zu mal fahren.